Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus mit einem neuen Overwatch Lootbox Opening Video. Heute gibt es wieder 10 Lootboxen, die ich aufmachen werde. Ich habe nur noch 15, sonst habe ich ja mal 17 so pro Woche, die ich immer so habe durch die Livestreams, wenn ich da level. Jetzt nur 15, das heißt ich habe zu wenig gestreamt. Nächstes Wochenende wird es wieder mehr, glaube ich. Oder schauen wir mal, Freitag und Samstag, denke ich mal wieder, wird es abgehen. So, aber egal, jetzt geht es darum, die nächsten 10 zu öffnen hier. Aufmachen. Und es geht sogar gleich los mit einem blauen. Mensch, läuft heute. Okay, doppelt, naja. Oh, wie machen wir denn das? McCree, mysteriös. Der ist cool. Der ist mysteriös. Das ist Diva, den habe ich doppelt. Und Bücher wahrscheinlich für Winston, ne? Winston, ja, Winstons Bücher. Ach, bäh, Bücher. Nicht mal Hörbücher. Oh, und es geht weiter mit einem blauen. Mensch, hier heute. Blaue ohne Ende. Habe ich auch schon doppelt. Zwei blaue heute, beide doppelt. Aber ein Genji-Spruch, die sind immer sehr, sehr einfühlsam. Genau, lasst uns kämpfen. Und Diva. LOL. LOL. Okay, ich habe mit ihr aber schon Roffel. Roffel oder LOL, welchen nehme ich da für sie? Hm. Ich packe mal LOL rein, weil ich habe die Leute in den Matches schon totgeroffelt. Dann kann ich sie jetzt mal mit LOL nerven. Euro, jetzt zwei blaue. Und doppelt? Nein, keins doppelt. Ein Skin für die Tracer. Heißt es pink? Naja, heiß ist was anderes. Wie garstig. Wie garstig. Garstig. Garstige kleine Hobbits. Okay. Siegerpose für Mei. Kniend. Das passt zu ihr, finde ich. Das passt ganz gut. Ist das Junkrat? Nee, oder? Sanjata tritt. Hm. Na toll. Nächste. Auch nochmal was anderes als blau heute? Können ja nicht wahr sein hier. Ja, nochmal zwei bei blau. Heute ist der blaue Tag. Der blaue Donnerstag. Skin für die Mercy in grün. Ich finde sie aber in schwarz besser, was ich schon habe. Okay, wem gehören denn die Lippen? Ist das Widowmaker? Widowmaker. Lecker. Okay. Französisches Schmormund. Next. Alter, heute echt nur blau. Was ist denn los? Doppelt. Hässlich. Geld. Hab nicht mehr so viel Geld. Der Spray ist ganz nett, aber ich hab bessere mir hier schon. Heute echt nicht. Was ist denn das? Das schlechteste Opening, was ich bisher gemacht habe hier. Blau und Ende. Aber die Drachen sind cool für Hanso. Fast so ähnlich wie mein Tattoo, was ich auf dem Arm habe. Da hab ich auch so einen Drachen. Aber nur einen. Hier sind es ja zwei. Ich hab nur einen. Auf meinem Oberarm. Auf der rechten Seite. Ja. Ähm. Doppelt. Und das ist für Pharah. Ägyptisches. Steinplatten-Gedöns. Episch. Na, wird ja auch mal Zeit. Und für ein Reaper-Highland-Intro. Siegerpose. Da hab ich für sie aber eine bessere Siegerpose. Das ist zwar elegant. Sieht immer sehr elegant aus, finde ich. Ich möchte dich knuddeln wie einen großen, pelzigen, sibirischen Bären. Ja. Wer möchte sich nicht gerne von Saria knuddeln lassen, oder? Den will ich auf jeden Fall ausrüsten. Und hier gleich noch einen. Runter und 20 Liegestütze. Ich zähle mit. Nee. Nee. Ja. Ich hab ein besseres Highlight-Intro. Das, wo er sich die Keh... Äh. Wo er den Daumen an der Kehle langführt, finde ich besser. Aber der ist dann natürlich auch nicht schlecht, ne? Hatte ich immerhin noch nicht. Und da haben wir wieder was Blaues. Jawohl. Okay. Das ist ein Reinhard, ne? Reinhard links. Der sieht doch nice aus, der Löwe. Mit hier hab ich auch was Besseres. Der grüne Skin von Zolder gefällt mir auch nicht so sehr. Ich hab den goldenen für ihn gekauft. Der ist cool. Und noch was episches. Geld. Episches Geld. Und diesmal für Tracer ne grüne Hose. Toll. Das ist ja auch nicht besser. Wir sind alle nicht mehr als Tiere. Da hat er recht. Und nen doppelten Dings. Okay. Die letzte. Die letzte. Werde ich noch was Gelbes bekommen heute. Ziemlich wenig episch. Also das Lila, ne? Werde ich noch was Gelbes kriegen. Die letzte. Die letzte. Trommelwirbel. Blau. Es ist nur blau. Brauchst du zusätzliche Trainingseinheiten? Ne. Also da behalte ich für ihr diesen Spruch von wegen. Ich möchte dich knudeln wie große sibirische Bär. Das finde ich gut. Das war's schon wieder Leute. Oh Mann. Hat gerade Spaß gemacht das aufzumachen. Okay. Und hier sieht man ja auch die Saria. Also heute die Highlights. Ja was waren die Highlights? Ja. Für den Reaper vielleicht das Highlight Intro. Aber. Naja. Da habe ich jetzt zwei von. Ich habe das hier. Den Henker. Den finde ich cool. Weil da sind die Augen so gut zum Vorschein kommen von ihm hier. Und jetzt habe ich halt hier noch den Schattenschritt dazu bekommen. Das Lachen gefällt mir dabei noch ziemlich cool. Die meisten Sachen freigeschaltet habe ich übrigens für Saria. 20 Stück schon. Ich habe hier ja noch diesen Skin hier geholt. Den habe ich mir aber für Währung geholt. Weil den finde ich am geilsten. Ich stehe halt auf schwarz. Also schwarze Farbe mag ich ganz gerne. Und wenn. Und das hier so mit den schwarzen Klamotten. Finde ich einfach irgendwie cool. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich möchte dich knudeln wie einen großen, pätigen, sibirischen Bären. Genau. Finde ich gut. Den finde ich gut. Den behalte ich. Sonst hätte ich immer ein Mütterchen Russland drin. Aber jetzt das. Knuddeln. Wer möchte Saria nicht gern knuddeln? Also. So Leute. Das war es wieder. 10 Lootboxen. Jetzt habe ich noch 5 übrig. Das heißt ich muss am Wochenende wieder viel, viel streamen. Damit da neue Lootboxen reinkommen. Damit auch nächste Woche am Donnerstag wieder 10 Stück geöffnet werden können. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann geht es in den nächsten Videos weiter hier auf meinem Kanal. Wie gehabt. Also haut rein Leute. Bis dann. Und ciao, ciao.